Alizé ist eine einfache Lösung, um Ihr Elektrofahrzeug aufzuladen. Sie können diesen Service ganz leicht mit einem Abonnement nutzen. Bei der Anmeldung wird Ihnen ein Badge zugewiesen. Mit ihm bekommen Sie Zugang zu den Ladestationen. Dann laden Sie die App von Alizé auf Ihr Smartphone. Sie können nun eine Ladestation in der Nähe Ihres Zielortes suchen. Die App bietet Ihnen auch an, Sie zu Ihrer Ladestation zu führen. Entsperren Sie die Ladestation mit der App Alizé und schließen Sie Ihr Fahrzeug an. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Sie können das Aufladen jederzeit mit Ihrer App oder Ihrem Badge von Alizé abbrechen. Sie können den Service von Alizé auch nutzen, wenn Sie kein Abonnement haben. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf der Ladestation. Falls erforderlich, steht Ihnen eine Hotline zur Verfügung. Wenn Sie die App Alizé heruntergeladen haben, klicken Sie auf Kein Abonnement und wählen Sie die Ladestation aus. Nachdem Sie Ihre Kreditkartennummer eingegeben haben, können Sie den Ladevorgang starten. Sie können ruhig und gelassen zu Ihrem Meeting gehen. Ihre aktuelle Ladezeit können Sie jederzeit abrufen und so Ihr Zeitmanagement effektiver gestalten. Alizé stellt Ihnen per E-Mail eine Zahlungsbestätigung aus. Beim nächsten Mal führt Sie die App zu den Ladestationen von Alizé. Alizé ist die einfache und praktische Lösung, um Ihr Elektrofahrzeug aufzuladen.